Musik Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier in Rheinbach zur Kultur im Hof. Wir sind die Band Playoff und wir freuen uns ganz außergewöhnlich, dass wir heute hier mal spielen dürfen. Wir sind ja heute das erste Mal hier und sind also ehrlich gesagt total voller Erwartungen und freuen uns riesig auf den heutigen Tag. Wir hatten auch unlängst das Konzert von MAM mitbekommen, das war auch sehr gut gewesen und daher denken wir, dass es uns heute genauso viel Spaß machen wird wie denen auch und hoffen, dass unsere Zuschauer das genauso empfehlen. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Kirmes läuft und Kultur im Hof geht natürlich weiter auch während der Kirmes. Wir freuen uns in diesem Jahr, dass wir so zum traditionellen Abschluss von Kultur im Hof anlässlich der Kirmes diesmal Playoff bei uns haben. Einen herzlichen Applaus erstmal für Playoff. Die Jungs und den Georg Groß, die werden wieder alles geben. Die werden sich wieder selber auf die Schippe nehmen beim Spielen. Die werden auf jeden Fall diesen Hof zum Abschluss auch zum Rotten bringen und sie werden uns so schön in die 70er und 80er Jahre auch entführen. Denn die haben es auf, die wissen auch, wie man ein Publikum wirklich auch in Rage bringt. Und zwar im positiven Sinne, nicht etwa, dass die alle dann meckern, sondern alle mitmachen. Also freuen wir uns heute auf einen schönen Abend mit Playoff. Ja, ich danke Ihnen, Präsident. Dann werden genauso viel Gas geben wir auf der Stadtverwaltung, ja? Etwas mehr, bitte, ja? Etwas mehr. Das war schon, dass alles wieder auf der Stadtverwaltung, ja? Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.